Der Vahri geht auf Pirsch, würde der Hadi sagen. Der Vahri geht auf Pirsch. Naja, die Hölzer, die liegen schon ewig hier. Hier passiert erst mal nichts. Hier sind überall Grabspuren. Von was? Von was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tada. So. Irgendwo habe ich ja noch die 65. Achso, eine habe ich da Indonesien geschickt. Die hier, die nehme ich jetzt mit. Okay. 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 Um, okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, die auch eine hervorragende Bildqualität hat. Ich habe die ziemlich dicht über den Boden gehangen. Hier in der Stelle. Hier sind Spaziergänge unterwegs. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.